Guten Morgen, ich bin die Verrückterin mit unserem neuen Let's Play mit Farming City und ich bin Level 31 und heute geht es wirklich um das Event. Ich werde nur das Event spielen, ja, ihr mögt das Event nicht, ja, dann müsst ihr diese Folge überspringen, denn es geht wirklich tatsächlich nur um das Event. Ich werde es einfach nur, ja gut, ich fülle jetzt gerade noch eben ein paar Sachen, oh ey, es ist immer alles voll, es ist immer alles voll, warum? Das ist wirklich so belastend, dass immer alles voll ist, ich hoffe es ändert sich irgendwann. So, hier ist ein dickes Haus vom Nikolaus, guck mal, da gibt es sogar wieder ein Feld, also Felder kommen hier schnell zusammen. Fabriken, ich kann die Gummifabrik bauen, ich habe übrigens eine neue Fabrik, ich habe gerade sowas, oh, was ist denn jetzt los? Oh nein, Moment, so, da bin ich zurück, scheinbar ein Update oder so, gut, was ist jetzt mit meiner Fabrik? Wo ist die Fabrik hin? Guckt mal bitte, ob ich das Geld verloren habe, ich glaube nicht, ne, ich glaube das Geld ist noch da. So, die Gummifabrik kommt hier hin, ich habe übrigens die Fabrik neu, Marmeladenfabrik. Die habe ich gestern, ja, gebaut, gebaut. So, komm, ich werde jetzt hier was holen. Ah, warte, warte, ja, ich weiß, es sollte nur um Dings gehen, heute. Geht's auch gleich, geht's auch gleich, wartet doch mal kurz. Ich werde jetzt nur kurz ein paar Hüte holen. So, ein Hut, boah, 1600, uiuiuiui, kriegt man denn auch wenigstens gut, oh ja, 2237. Ka-ching, ka-ching, sehr gut. So, wir gehen rein ins Event, denn man kann das wirklich gut spielen. Also man bekommt ein paar Extrasachen, man bekommt Geld, ich habe das gestern Abend beim Film, hä, wieso muss ich jetzt schon wieder, ja, ich drücke doch, ich drücke doch. Hä, was ist denn hier los? Okay. Also ich habe das gestern beim Fernsehgucken gespielt. Und man kann extra Geld einsammeln. Ich habe drei Filme geguckt. Dementsprechend habe ich... Ey, manchmal drücke ich und die geht hoch. Das ist so richtig dumm. Also wenn ich... Ey, schon wieder? Ey, das ist... Also gestern Abend hat es besser geklappt. Ich habe mich aber schon ein paar Mal deswegen aufgeregt, dass es wirklich nicht gut reagiert. Boah, da könnte ich mich ja aufregen. Ich meine, ihr seht ja, ich habe es... Ihr habt ja hier schon ein bisschen was gespielt, ne? Mehr als das andere Event. Bitte, hüpf doch, Kuh. Dämliche Kuh, hüpf. Guck mal, sie geht hoch. Ey. Sie hüpft nicht. Ich kann tippen, wie ich will. Sie hüpft nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja, geht nicht. Ich kann das Event nicht spielen. Boah, jetzt reg ich mich auf. Sie hüpft nicht. Diese dumme Kuh. Ja, ne, ich muss gucken, wenn man das Spiel ausmacht und dann wieder an, ob es dann geht. Aber kann ich halt nicht im Let's Play, oder? Wartet mal, ich mach mal auf. So, ich habe jetzt auf Pause gemacht und wieder Neustart. Jetzt gucken wir mal. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann bin ich echt sauer, weil ich spiele das Event eigentlich ganz gerne, weil man kann gut Geld kriegen. Man kann Minentools hier sehr gut. Sie hüpft nicht. Ey. Achso. Ah, jetzt. Jetzt. Ah, okay. Einmal spielen, neu starten. Und... Ah, das war... Das hätte mich jetzt aber auch... Vielleicht war das Update auch deswegen... Ey, ich habe doch... Ich habe doch... Ey, also... Also hier läuft auch nicht alles rund in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Also ein Update haben die ja letztens erst gemacht. Das war wahrscheinlich jetzt auch, weil irgendwas falsch läuft. Vermute ich. Irgendwas läuft nicht so, wie es soll. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es das Update... Äh, dass es das Event ist. Weil das läuft mal überhaupt nicht so, wie es soll. Aber das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Die Steuerung ist sehr, sehr schlecht. Gestern Abend ging es wirklich von der Steuerung her. Ey, ich habe getippt und sie geht nach oben. Ey, das regt mich auf. Das... Das... Macht mich jetzt sauer. Letzter Versuch und dann habe ich nichts mehr. Ich habe es gestern echt oft geschafft. Also wirklich sehr oft. Hüpfen mal. Okay. Hüpfen. 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 Ja, jetzt geht's. Hüpfen. Ah, zupfen. Komm, wir machen mal weiter. Ist mir jetzt auch egal. Also auch dieses Einsammeln der Sachen, dass es so nach vorne kommt, das irritiert einen so, dass man da auch definitiv... Ey, ich habe wieder getippt und sie geht jedes Mal nach oben. Oh Mann ey, das ist... Das macht wirklich keinen Spaß. Also gestern Abend hat es wirklich geklappt. Weiß ich nicht, warum es jetzt nicht klappt. Macht mich wirklich... Also das macht mich jetzt wirklich, wirklich sauer, weil... Wenn das jetzt wieder so ein Spiel ist, was nicht richtig funktioniert, weil... Ah, ey, nee. Das macht mich sauer. Und traurig. Sauer und traurig. Wirklich. Sauer und traurig. Nee, ist auch nicht okay. Guck mal hier, die ganzen Gummibäume. Können wir hier noch ein Gummi reintun. Ja, Gummifabrik haben wir ja jetzt noch gar nicht, ne? Bauen wir ja gerade erst. Machen wir jetzt mit dem ganzen Gummi. Ja, wegschmeißen. Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, wofür ich das gemacht habe. Ja, hier tue ich auch die Hälfte verkaufen. Ich glaube, so viele Rollen brauche ich gar nicht. Und ich brauche wirklich den Platz. Ich brauche wirklich den Platz. Also... Leider. Guck mal hier, ich mache mal ein paar Pullis. Ich brauche wirklich den Platz. Was haben wir denn hier? Ach da, will ich auch gar nicht hin. Wollt ihr hier hin? Also das ärgert mich. Ich wollte das Event zeigen. Und dann geht das nicht, weil... Das alles hier so... Ne, also ich lade das auch so hier hoch. Dann wird es halt ein Mekka-Video. Ich wette, ihr habt das ja auch schon vermisst. Mekka-Videos, oder? Mekka-Videos. Oh Mann. Ey, was ist heute los? Ich spiele heute nicht mehr. Ne. Ich spiele heute nicht mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist doch komplett... Blöd heute. Es ist komplett blöd. So. Also. Das macht mich unfassbar traurig alles. Ich dachte, komm, jetzt spiel endlich mal ein Video wieder, wo du nur ein Event spielst. Ja. Es soll wohl nicht so sein. Es soll nicht so sein. Wirklich. Also. Ich bin vom Pech verfolgt. Dass es nicht klappen wird. Dass ich jemals... Ein Event... Ach guck mal, ich hab das doch. Hätte ich gar nicht Anfragen brauchen. Dass ich jemals irgendwas wieder spielen darf, wo... Alles funktioniert. Wo alles gut ist. Ne. Wo macht man nochmal... Hier macht man die. Kartoffeln hab ich nicht. Ich baue jetzt Kartoffeln an. Ist mir egal. Ich weiß. Ich brauche den Platz. Ah, mir ist gerade alles egal. Mir ist gerade alles so egal. Ich bin echt... Also. Ich verkaufe die Dinger hier. Weg damit. Oh, guck mal. Okay. Fehlt mir eine Schuppe. Also. Oh Gott. Das mit dem Laden der Insel dauert relativ lange, finde ich. Nimm einen Tipp da drauf. Dann macht es so... Hm, hm, hm. Und jetzt auch. Dude, wird alles dunkel. Schieb wieder da hin. Und dann wieder rauszoomen. Also das dauert... Ja, nicht lange. Aber ein bisschen länger als bei Dings. So, hier habe ich zwei Aufgaben fertig. Schafe füttern. Und Erdbeeren. Also. Ich habe jetzt eh keinen Bock, die Aufgabe zu machen. Flugzeug. Ich glaube, ich schicke das auch einfach weg. Ich bin wirklich so genervt. Ja, weg damit. Komm. Ist mir egal. Weil... Weil ich bin wirklich... Also gerade... Ich finde das auch nicht so cool irgendwie. Nö. Ich finde das richtig uncool. Ich finde das so uncool. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. So. Jetzt haben wir natürlich Eier ohne Ende. Aber keinen Zucker. So. Zack. Zack. Äh. Zucker können wir ruhig mal machen. Nee, nee, nee. Also. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht mehr. Das ist mir alles viel zu hoch. Ey, überall Zucker. Außer für das Eis. Aber das habe ich doch schon gemacht ohne Ende. Also das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Was willst du? Okay. Eine Polizeistation. Hä? Habe ich doch schon gebaut? Aber hier, Pizzeria. So, stellen wir mal da hin. Und was willst du? Feuerwehrwache. Habe ich doch auch schon gebaut. Seid ihr doof? Anspruchen. Hä? Hä? Also das ist jetzt aber hier ein bisschen... Habe ich auch schon gebaut. Was ist denn hier los? Ist das Spiel leider ein bisschen komisch gerade. Äh, okay. Ich meine, okay. So kriege ich hier die... Die Dollar. Also... Ach, gefällt mir gerade gar nicht. Ganz ehrlich, wie das Spiel... Dass es hier so ein paar Fehler gibt und... Es ist doch Banane gerade alles. Wirklich. Ach, komm. Ist halt nicht ein bisschen komisch? Boah, wie viele... Wie viel kriege ich jetzt hier insgesamt? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber es ist auch ein bisschen langweilig für euch, wenn ich hier nur am Drauftippen bin und die T-Cache kriege. Vor allem, da muss ja einiges hier schieflaufen. Vor allem, wie lange geht das denn? Machen die das jetzt für jedes Gebäude, was ich je gebaut habe, oder was? Ja, scheinbar. Ohne Witz. Das ist doch... Es ist wirklich so, ne? So... Ja, komm. Bauen wir auch noch. Alter Schwede. Jetzt sind schon drei T-Cache. Gleich fängt es von vorne an. Nö, die Schmiede baue ich nicht. Ah, ich kriege das Geld trotzdem. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Habt ihr auch diese Probleme im Moment? Oder ist das jetzt wieder nur bei mir? Weil die mich ärgern wollen. Mann, Mann, Mann. Ich hab auch echt immer... Ich weiß es nicht. Ey. So witzig hier. Ich meine, wie viel Geld habe ich jetzt schon gemacht? Ich mache das jetzt so lange, wie es geht, ne? Also ich weiß nicht, wie viel T-Cache ich eben hatte. Jetzt habe ich 70. Ich glaube, 40 T-Cache oder so habe ich schon dazu bekommen. So, jetzt ist es endlich vorbei. Das sammeln wir jetzt auch noch ein. Da oben kann ich... Gibt es da ein neues? Nö. Ach, da kann man so einfach gar nichts machen. Ist auch doof. So, bin ich jetzt mit allem fertig, ja? Oh, hier gibt es eine Belohnung. Warum? Ich habe gar nichts mehr gekauft. Okay. Ich habe 435 weniger als ich dachte. Ich hole mir wahrscheinlich Kürbislaterne. Also hier das. Das Schild. Weil. Ich habe das bei jemandem gesehen. Bei der Moni. Und da sah das ganz cool aus. Alter Vater. Ich sage es euch. Also irgendwie gefällt mir gerade gar nicht das, was ich so sehe. Das ist ein bisschen bescheuert alles. Vor allem, dass ich das hier nicht spielen kann. So. Ich probiere das jetzt noch einmal, ob es geht oder nicht. Wenn das nicht geht, dann flippe ich auch mal hier aus. So, ich springe jetzt mal. Okay. Also ich verstehe auch nicht, warum es manchmal geht. Manchmal nicht. Das haben sie wirklich, wirklich schlecht gemacht. Mit der Steuerung. Sehr, sehr. Schade. Uh, es hat geklappt. Wenn ich jetzt nämlich nach oben gegangen wäre. Dann hätte ich ein Problem gehabt. Ah. Ah. Ich habe. Ende. Ende. Feierabend. Boah, ey. Feierabend jetzt. Schnissvoll. Heute spiele ich nicht mehr. Mensch. Das ist ein Unsinn. 15 starten. Das machen wir eben. Ich will mal wissen. Im Shop. Ich habe jetzt 149. Ich will auf jeden Fall. Hier hinten die. Scheunenerweiterung. 300. Boah, 300. Da muss ich aber noch. Mich ins Zeug legen. Ja. Komm, ich habe aber 100. Davon. Das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Ja, da oben. Den hole ich jetzt nicht. Ist mir eigentlich egal. Komm, weg. Weg. Manchmal habe ich auch keine Lust. War ja damals. Was heißt damals. Ist ja bei Township auch so manchmal. Dann hole ich irgendwas nicht, weil ich einfach. Keine Lust habe. So. Das ist ein bisschen ganz in den Spitzhacken hier. Boom. Da ist gar nichts mehr toll. Hätte ich mir sparen können. So. Also ich bin mir immer noch nicht so 100% sicher, ob ich es besser finde, so wie... ...die das hier machen. Oder schlechter. Weiß ich nicht. Also wisst ihr, was ich meine, ne? Hier dieses... ...dass das so... ...dass das so... ...ja, mit so Ebenen ist und... ...ja... ...dass das hat sicher was Gutes... ...aber natürlich auch seine Nachteile. Oh, guck mal. Hier ist direkt wieder der Ausgang. Ja, dass man diesen Ausgang halt finden muss, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen... ...ja... ...ja... ...kann man machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel... ...wenn er wirklich jetzt oben links ist, ganz oben links, ne? Und ich muss hier alles einmal... ...anklickern, bis ich den dann endlich habe. Guck mal. Dann muss ich jetzt sogar da oben... ...das noch aufmachen. Okay, da ist er. Also das ist dann wieder so ein bisschen... ...uncooler. Das finde ich nicht... ...ähm... ...oh, guck mal da. Da geht's wieder in so eine... ...oh... ...schön. So. 15! ...und die nehmen wir aber noch mit hier. Oh, 1000... ...1500? Wow! Also, kohletechnisch... ...ist die Mine... ...gar nicht mal so schlecht. Also muss man wirklich sagen. Kohletechnisch... ...ist die gar nicht mal schlecht. Komm, wir werden wieder... ...auf ersten Platz war. Zwölfmal! Das ist... ...hab ich schon... ...zwei... ...mal Schafe? Ne, ne? Hä? Die bauen... ...immer noch an dem Schafstall? Jung, junge, junge. Wie lange kann man an dem... Die bauen... ...ne Futtermühle in... ...in drei Stunden... ...aber brauchen Tage... ...für einen Schafstall. Äh, das ist ja wohl... ...das muss man jetzt... ...nicht verstehen. So, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, nach einer Aufgabe gucken. Ja, nee, ist klar. Ja, toll. Jetzt, wo ich meine Schiffe... ...weggeschickt habe... ...und gibt auch nur... ...sieben Punkte. Und ich glaube echt... ...man kann hier einfach... ...so viele Aufgaben machen... ...wie man Bock hat, ne? ...und das hier immer... ...alles... ...voll ist, ne? So, ich brauche das hier. Das hier immer alles voll ist. Auch das. So. Ähm, ja. So, ich bin raus. Komm, ich bin echt... ...heute bill dient. Heute ist mal... ...ein doofes Let's Play. Tut mir leid. Tschüss.